Moin moin Leute, willkommen zu einem weiteren Let's Play Blur. An alle, die das Video wahrscheinlich jetzt und erst sehen werden, ich nehme das schon vor Neujahr auf. Ich wünsche allen ein frohes 2013. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch. Hoffentlich nicht zu hart gerutscht. Nein, Spaß. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Ich wünsche allen ein frohes Neues. Und ja, machen wir mal weiter und wollen wir nochmal sehen, ob wir den Fan Run schaffen. Beziehungsweise hier das Fan Favourite, weil das wird ziemlich hart. Da haben wir das Fan Favourite geschafft, das war 1300 Fans. Okay, ich probiere es mal. Ja, machen wir es einfach mal. Und gucken wir mal, ob wir es schaffen. Seit wann ist denn der Voxel Monaro hier drin? Naja, macht nichts. Wir machen mal weiter, wo wir aufgehört haben. Und ja, wir werden ja sehen, wie weit wir kommen. Wir sind das jetzt aber ziemlich gefailt. Ja. 1300 Fans haben wir erreicht. Das wird ziemlich schwierig. Das weiß ich jetzt schon. Würdest du mich nutzen? Ich habe das eigentlich geschafft gehabt. Ist doch unglaublich. Na ja, egal. Puh. So. Jetzt aber. Fuck you. Ja. Haha. So geht das doch. So, die 300 Punkte helfen wir schon mal. Hättest du wohl gerne. Oh oh. Ich habe ein riesendickes Problem. Hä. 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 Habe ich es nicht geschafft, oder was? Ja, letztlich fett. Uiuiuiuiui. Mein Auto sieht noch so heiler aus. Aua. Da ist ein Schatz herunter. Ja. Geht doch. Dankeschön. Puh. Da ist ein Schatz herunter. Da ist ein Schatz herunter. Schau, wir schauen wieder an dich. Oh Gott. Wir starten das nochmal. Machen das nochmal mit dem. Alter Vater, ist das schwierig, ey. Oder ich sollte mir einfach ein anderes Rennen aussuchen. Egal. Äh. Habe ich gerade richtig gesehen? Ich hoffe nicht. Es sah gerade so aus, als ob meine Stoßstange im Arsch ist. Oder verfogen, oder wie auch immer. Ja, klar. Warum habe ich da jetzt kein, äh, Klicitro? Ja, ja. Ja, kacke, kacke, ja. Oh, oh. Uiuiuiui. Oh, ja, klar. 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 Es ist sehr schön wieder ein bisschen. Oh, ja, klar. Da, 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 da. Ja, alles klar. Oh, kacke. Na, egal. Oh, oh. Ja. Ne, ich glaube, da starten wir nochmal neu. Ja, egal. Haben wir es halt nicht geschafft. Ich brauche Schild und die anderen Sachen. 100%ig. Diese kleinen Mini-Pen-Watzer, die es da geben. Ja, komm, 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 komm. Oh, ja. Zünd du mal Nitro. Ich glaube, das ist sowieso nicht. Ja. Gitter. Ja, ich weiß, ich habe das Nitro-Ramp mal wieder nicht geschafft. Ja, Ja, lol, yeah. Aber. Machen wir mal eben das Fan-Run. Okay, oder auch nicht. Ach, das kommt man in die zweite Runde. Och, geil. Aua. Aua. Oh, oh. Uh-oh. Ui, ui, ui Heee Yaan Yaan Ja, Mann! Aua! Na danke auch! Oh, Glückhaft! Aber immer in zweiter Platz und wir haben den Fan-Run geschafft! Yeah! Das Fan-Target haben wir geschafft! Sauber! Mann, war das scheiße schwierig! Jaaaa! Boah! Alter Vater! Checkpoint? Das werde ich so oder so nicht schaffen! Race! An den Docks! Warte! Wieviel soll ich schaffen? 1600! Kannst du knicken! Ich hasse das Rennen! 1400 Fans allein nur durch Destruction! Warte mal! Ah, nehmen wir den! Mal gucken, ob wir es schaffen! Wir brauchen sowieso noch, äh, wie heißt es, äh, mehr Lichter! 1400 Fans, alter Mamma Mia! Oh, wow! Oh, wow! Das haben wir mal ordentlich verkackt! Wir nehmen wieder den guten Alpen vor den Fokus! Ui! Ui! Und das schon am Anfang sofort verkackt, ey! Ach Göttchen! Das geht ja supi ab! Die, die nicht permanent sind! Woa! Hehehe Puh Ach komm schon Ja, na sicher doch Ja, uiuiui Hab ich aber ordentlich doch aufgeholt Haha Uiuiui Na komm Uiuiui Na komm Puh Oh Oh Fuuu Faa Juuu Lu Bu Hamchulu Da Ne Och Gottchen alter Da haben wir 100 Punkte gehabt Und was ist ne Wir müssen natürlich ver- Ja Ja ich weiß es ist nervig Aber ich will diesen scheiß Bosskampf erledigt haben Wow Au Oh Oh Puh Warum ratter ich auch mitten in den Wiener rein? Das kommt nie gut Ha Woh Woh Ja Ja komm Oh oh Puh Jetzt schau ich das schon wieder nicht Ey ich glaub das einfach nicht Ja Ach komm schon meine Güte Mann Das ist doch unglaublich Das ist doch unglaublich Komm schon ich muss doch diesen scheiß Panrun und ein erster werden Weil Panrun wäre sinnlos Woho Oh 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 Haben wir immerhin das gekriegt Oh fuck Tu was geht denn ab Oh 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 Ja komm Alter ich glaub's nicht Ey dieses Jaja ist klar Reddreh Na aber das werden wir das nächste Mal machen Heißt bis gleich Bye 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 Bye